So, jetzt haben wir hier eine Situation, wo ich normalerweise nicht mehr in München landen würde, nämlich eine Gewitterzelle genau vor der Leinebahn 26 rechts. Aber wir werden das jetzt mal zu Demo-Zwecken machen. Mal gucken, ob ich mit der Windscherung zurechtkomme, denn das ist die größte Gefahr, die jetzt lauert hier voraus. Sieht alles so noch ganz gut aus, aber es wird dann plötzlich schlechter. Es ist sehr stormy heute, eine Sunder rund um München Airport. 2000. Sie sehen, da ist ein Sunder rechts und ein Sunder rechts und wir landen in zwischen. Wir schauen, um sie an. Sie sehen, da ist ein Sunder-Storm sehr ein neighbour. Wir schauen, um die Sunder-Storm sehr zu sehen. Es ist besonders auf den Rechte-Hand-Sides. Und das ist etwas faszinierend. We see the runway ahead. Here the weather is okay. We are on the border of the storm. We don't have any checklists. Spoilers aren't. 135 kmh. Speed. We take off our manual. So fly by hand. Wind shearing is heavy. We have very severe wind shearing. Speed is okay. Weather here Munich is okay. Wind shearing is proper. Okay, altitude is fine. Direction is fine. Wind is around southwest. But with shearing moments. 500. 400. Now we have a little shearing. 300. 200. Looks good. 200. Looks fine. Let's turn to that. Oh, the shearing. The shearing. 100. Now we keep the aircraft. 50. 40. 30. 20. Retard. We keep it on. 10. Yes. Very bumpy. Okay. Retard. There we go. This is open. Now we are on the ground. Below 60. Okay. And idle. Okay. We are landing.